Halli, hallo, 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 hallo und herzlich willkommen zurück bei Lab4Dat2 mit Gurubai Woohoo! McFly! Woohoo! Und Trapz1! Hallo! Und ich bin Swokka! Die müssen, also jetzt ist gleich hier ihr großes Konzert, Leute! Ich hab' mir auf die Ecke! Ich hab' ihn auf die Toilette gezerrt! Jawohl! Booba! Aber sie wollte nicht! Booba! Booba! Das ist bittergeil gewesen! Ja! Ja, genau! Ach komm! Haben wir die so gerne haben! Ja, genau! Wenn man da nur anspringt, dann weicht der den Sprung so schnell aus! Ey, ist auch der Server hier, ein Ping von 1, ne? Wenn du dich anspringst und mit Rechtsklick haust, dann ist komplett dieser Sprung abgefahren! Das ist, Leute, ne? Das ist, Dalu ist ja nicht so gut, ey, ist nur immer der Server! Ja, ich mein' dein Ping von 1! Das ist bei TTT genauso, weißt du? In Wirklichkeit ist ja gar nicht so gut! Ich bin's bitter! Ich bin's Mokka! So, hier ist großes Event! Hier kriegen wir auf jeden Fall nen Tank! Und, äh, da kommt nachher ein Heli und holt die ab! Und wenn wir dann die Leute aus dem Heli rausziehen, haben die ein Problem! Ich hab Dalu angesplittet da hinten! Ich hab ihn noch nicht getroffen! Okay! Ist ja schon mal ne gute Sache an sich! Und ich bin down! So ein Gart Dalu, da grenzt jetzt die beiden hier oben und die beiden dann noch der Prügel! Die beiden da oben, äh, unten! Das gibt's ja nicht! Weißt du, wenn die Zunge gerade rot, dann schieß ich das Ding und dann... Treff ich nicht! So, die, die preparen jetzt erstmal! Das ist völlig unfair, Grants und Dalu in ein Team! Nächstes Mal ist das anders, hoffe ich! Ich spit auf die! Guck dir das an! Ich hab alles da hinten! So, die haben das Event angemacht! Und was heißt das jetzt? Die müssen jetzt vielleicht auch singen und so! Und es kommen endlich Wellen! Das ist ne Lightshow, wa? Jetzt! Jetzt geht's! Yo! Rein da! Ja, das war schon mal gar nicht so schlecht! Haben auf jeden Fall was, was gut gemacht da! Ein paar Punkte, ne? Sind aber noch alle grün! Ja, noch! Rent! Jawoll! Habt ihr aber noch grün? Ich schicke viel Reis, Billy! Ne Gitarre! Hey! Geht euch das rein! Vorbombe? Vorbombe, ja! Vorbombe, ja! Weißt du, wenn du mit nem Charger echt, da muss echt nur... Oh! Oh, sehr gut, der Boomer! Ich hab Anne, ich hab Anne! Zerfleisch Anne! Ach, man kann sich mit nem heilen, obwohl man komplett vom Zombies umbringt ist und angegriffen wird! Echt? Das unterbricht die Heilung nicht! Ich hab grad bei DadoCard gesehen, ganz einfach's gemacht! Ja, du kannst heilen und schlagen, gleichzeitig! Er hat nen Benzinkanister, den legt er grad in die Mitte! Rauf! Kisses, Alter! Ich bin tot! Ich kann den Ding spawnen! Wollte Grants doch so schön auf! Ist echt schwer zu spawnen gerade, weil sie so... Wo steht denn da oben? Guck mal, die sehen so aus und hätten sie nicht wirklich Probleme, oder? Nee! Craps wird der Tank! Oh, sie spawnen mal Tank! So, Tank ist ja immer Win für uns, ne? Was kann ich denn werfen? Am besten erstmal nichts werfen! Mach nämlich... Genau, sondern einfach loslaufen und Nahkampf! Genau, hier rein, na los! Warte! Das ist auch, dass sie sich ganz hinten bedienen hast! Ich hab Ande, ich hab Ande, ich hab Ande! Ja, ich hab Ande! So, Craps, einfach in Nahkampf, du hältst einiges aus! Ja, der hält echt gut aus! Schön! Nice! Wieso schießt ihr hier auf mich? Die kommen da direkt hoch! Jetzt könnte Teil auch eins! Boah, nice! Dann such dir mehr aufweißen! Nice! Me, die ist weg! Auf andern, auf andern, auf andern! Dalu ist hinter dir! Jawoll! Zerstör Dalu! Jawoll! Mach dich kaputt! Mach dich kaputt! Dreh dich oben und mach dich anders! Schneller ist plötzlich! Adrenalin vielleicht! Wieso ist'n die denn alle schneller als der Tank? Adrenalin, Adrenalin! Adrenalin! Besser, das muss... Was muss man auch wissen? Warum sagt er das denn nicht? Ich hab das erste was genommen, halt! Ne, das hab... Denk ich mir so, sonst könnte er nicht schneller sein, dass du... Lassen wir kurz auf, ich muss mich verabschieden! So, neue, neue Wave hier! Die wissen genau, wo die, wo die Wave spawnen, weißt du? Ja, die wissen auch ganz genau, wo wir sind! Ja, aber guck mal, allein, dass die da jetzt Feuer gelegt haben, ist so'n... Das weißt du nur, wenn du die Merp irgendwie achtmal gespielt hast, oder neun, zehnmal, oder ein bisschen... Geh zu Lulius! Komm schon, komm schon! Jawoll! Da ist auf jeden Fall Action jetzt, eh, in der Bude! Ah, einer liegt da, ne? Ja, ich hab's da auch noch grad, er hat noch ein... Ein Leben lang... So, Grants gibt sich jetzt noch mal nen Schuss! Hat mal jemals der Eiszeit! Oh! Nein, wir können grad nicht so viel machen, wir sind eigentlich... Ja, und verbindet sich... Ich bin Boomer! Du hast gut, am besten in die Gruppe da! Ja, ich kann hier nur nicht so dicht spawnen, bei der Gruppe! Ich kann nicht schlecht spawnen, finde ich, auf der Kabine! Ja, kommt nicht hin, oder? Nee! Nee! Aber kannst, kannst echt schlecht spawnen hier als Boomer! Ach! Scheiße! Wenn wir einen Splitter haben, da hoch zu Dalu und Grants schießen... Wo sind die denn überhaupt? Oben auf der... auf diesem... Plateau! Ich bin ein Jockey! Und das Burschka wird jetzt erstmal... Wird jetzt erstmal Tank! Oh, okay! Ja, die wissen wohl, dass wir sehr schlecht sind, ne? Aber zwei Tanks ist ja schon heftig! Wir kriegen auch zwei Tanks als Gegner! Wir hatten auch jeden Tag als Gegner! Ja, aber hier werden wir wahrscheinlich einen kriegen! Schätze ich mal! Auf Anna und Luvius! Okay! Nee! Ich hab Anna! Was? Ich bin durch Lobis durchgelaufen! Das ist doch... Ach, Bullshit! Ja, ich glaub in die Mitte... Ihr müsst jetzt was tun, ne? Ja, ja, wir müssen was tun! Geht zu Dalu! Cool, ich hab Grant! Was? Ja, war ja auch dran! Ja, schade! Dalu ist auch down! Ja, ich bin down! Ich bin down! Wir gehen jetzt fast in die Ecke! Ja! Maxi McFly kommt auch ein Tank! Was? Ja! Toll! Kommt der Heli? Ja, das ist super! Ich bin festgepackt! Nein, nein, nein! Es wird gleich! Dauert ein bisschen! Warte ich auch zuerst! Ne, siehst du, überleben... Ich kann nicht! Ach ne, weil der Heli jetzt kommt! Ach so! Wir haben aber das hier weggenommen! Oh, okay! Ah, jetzt der Heli ist weg! Haben sie es alle geschafft da! 800 Punkte! Das werden wir niemals schaffen! Das schaffen wir! 900 Punkte! Da machen wir nochmal 3.000 gut! Wir müssen 2.000 Punkte kriegen! 2.600 Punkte kriegen! Ja! Und wir schaffen in einer Stage 900 Punkte! Das schaffen wir! Müssen 1.600 kriegen! Das müssen wir überhaupt spielen! Dann lass mal ein paar Sachen hier vorlesen! Da stehen immer ganz witzige Sachen! Da stehen immer ganz witzige Sachen! Das ist dann das... 4. Mal, dass mir die Midnight Riders das Leben retten! Why are we still here? Noch nicht noch Basses! Ja, wir schießen! Das ist auch nicht direkt! 97 Punkten starten, ey! Nein! Da denkt sich, dadurch steckt sich direkt... Meine sterben schon schnell genug! Keine Angst! Ja, lass uns doch einfach direkt die Hände abschließen! Vielleicht denken sich auch, guck mal, wir brauchen gar nichts zu tun! Ja, er bräuchte mich hier weg schon nicht! Die kommen euch wieder alle auf einmal! Lassen uns da gerade echt in Ruhe! Hier links ist irgendwas! Start also! Hinter euch! Hat mich! Nein, nein, nein! Da schreit doch mal! Wollt ihr, Guru? Alter, Charter dich immer noch? Nein! Charter ist weg! Ich will aber zu den Midnight Riders! Midnight Riders! Hunter! Guck mal, Ande, weißt du, die kriegst du noch down! Aber wenn da nur erstmal kommt... Was macht ihr jetzt da? Kaffeekränze in dem Sworn? Charm raus, ja! Los geht's! Boah, ja! War ja klar, dass da oben einer ist! Heilige Weihe! Ich nehm die Gitarre! Wir starten einfach, wa? Echt jetzt? Ja, was sollen wir machen? Nehmen Schuss! Nützt ja nix! Preparing würde uns ja auch nur umbringen! Fast recht! Nehmt euch den Schuss da und dann... Gönnt euch noch ne Pipe oder so! Aber ich hab ne Pipe! Wenn du auf Musik stehst! Gib ja die Gitarre! Äh, mach deine Lichter an! Oder wohl Doppelpistil! Jedenfalls! Lass uns bitte! Hört sich wie ein Hunter an! Oh, was ist das? Firewave aufbleiben! Dalu! Hattest 1! Boah, da kam ein Hunter von oben! Aua, 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 aua! Da hat einer das Feuerweihang immer! Ich weiß glaub nicht, was wir bei dem Event hier machen sollen! Ist an! Okay, Craps, du kannst dich sonst heilen! Wir haben ja hier genug Medipacks! Nein! Wie bitteschön? Schafft es der mich anzuwotzen? Ich auch nicht! Die stand ganz am anderen Ende! Der steht hier ja immer noch! Jetzt ist er tot, oder? Naja, das Event läuft noch nicht! Ja, aber wo machen wir das denn anders? Oder nicht? Ich hab keine Ahnung! Ich hab keine Ahnung! Wo liegen irgendwelche Kisten! Die sind da geholt! Auch nicht! Ja, danke für die Rohrbombe! Müssen wir... Warte mal, wo ist denn der Generator noch? Was? Irgendwo hier irgendwas mit Kisten gemacht! Ich hab keine Ahnung! Ich hab keine Ahnung! Ich hab keine Ahnung! Ich hab keine Ahnung! Ne Zunge! Ne Zunge! Ne Zunge! Char-Jaw! Wo bist du? Oben auf der Tribüne! Da oben! Ja, kreis ich drüber hin! Krass! Ich trag dich doch mal, ich hab jetzt! Char-Jaw von heute! Char-Jaw von heute! Boomer und Char-Jaw! Klasse-Story! Ich bin hier oben gleich am Arsch! Und nochmal Boomer! Nein, es liegt auch schon wieder! So ne Scheiße ey! Aber wie machen wir denn das Event an? Es ist abgestartet mittlerweile! Das hab ich mittlerweile gemacht! Okay! Und ich hab'n gefeiert! Und ich hab'n gefeiert! Okay! Das erklärt das nicht! Ich hab'n gefeiert! Wenn die ganzen Zombies da rauskommt! Ich hol dich! Ich hol dich! Ich hol dich! Okay! Danke! Und ich bin da! Das war ein Tunnel! Super! Come on, Krabs! Okay! Char-Jaw, Char-Jaw hinter dir! Scheiße! Leute, ich hab'n gefeiert! Die Hüllwildesprung! Hey, ist vorbei gelaufen! Tritter! Ich heil mich nochmal selbst. Was ist das denn hier? Das ist ein Elektro-Schocker. Wiederbeleben. Kommt zurück auf die Bühne. Können wir den anzünden oder so? Leck mich! Wieso bleibt der hier stehen? Ich bin weg. Ich bin weggelaufen eigentlich. Ich war gerade lagen. Ja, ich bin down. Jockey, jockey, jockey. Scheiße. Wo war ich da nicht? Ja, ich nicht, aber ich habe hier einen Jockey an der Bucke. Ah, okay, das war's. Ja, da haben wir dann geringfügig verloren, sag ich mal. Geringfügig? Da, Lukas, glaube ich, oder? Was? Da, glaube ich. Ähm, kann sein. Ach komm, hier 1800 Punkte, so schlecht ist der Garten. Wie gesagt, unter der Hälfte sind wir nicht. Ja, dann sagen wir vielen Dank für dieses Mal. In der nächsten Folge gibt es auf jeden Fall andere Teams. Na ja, ausgeglichener. Auf jeden Fall. Bis dahin. Tschüss. Schatz. Hm. Uhm.